Okay, tja, also, dann lass uns mal gucken. Was ist das? Spule. Einfach vor. Wer ist der Kerl? Das ist Tommy Lee, der Drummer von Maudly Crue. Wo hast du das her? Spule. Spule einfach weiter. Warte mal. Einfach weiterspulen. Okay. Heiligeschön. Das ist Pamela Anderson. Ja, noch weiter vorspulen. Spule zurück. Wow. Noch weiter zurück. Play, play, play. Na los. Komm schon, Kleine. Das ist so privat. Jetzt würden wir was sehen, was wir nicht sehen sollen. Und genau das macht es so scharf. Wenn das veröffentlicht wird. Puh. Mit jeder Sekunde könnte sich das Band weiter verbreiten. Baby, wir kriegen's wieder. Was soll's? Ich bin da auch drauf. Genauso wie du. Nein, genauso wie ich nicht. Also los. Was? Was zur Hölle ist das? Ich bin da auch drauf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020